Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es jetzt um die Frage, wie öffnen wir uns für das, was sich jeder Bedeutung entzieht, die vierte von vier Folgen. Der Sinn unseres Lebens bleibt unverständlich. Zunächst eine Wiederholung der Folgen 1 bis 3. Was ist eigentlich das Nicht-Semiotisierbare oder das, was unverständlich bleibt? Es geht mir um die Anerkennung der Gesamtunverständlichkeit von der ganz normalen Dinge, Situationen und Ereignisse und natürlich um die Gesamtunverständlichkeit der Welt. Dieser Eindruck der Gesamtunverständlichkeit kann mitunter beängstigend sein, mitunter aber auch aus übergroßer Freude oder Dankbarkeit resultieren. Die Anerkennung des Unverständlichen ist zugleich die Anerkennung, dass das Unverständliche nicht ein fernes Jenseits, irgendwas Himmlisches oder so, sondern gewissermaßen das Herz des Diesseits und der Dinge und der Situation des Alltags ist. Das Nicht-Semiotisierbare entzieht sich dem Verstehen, doch es ist genauso nah, wie uns die Dinge selbst sind. Beispiel aus der Folge 1 war, der Sonnenstrahl ist so schön, doch das Lichterlebnis selbst, das Qualitative, also dass wir überhaupt was hell empfinden, das ist an und für sich unverständlich. Eine Art Wunder, wenn wir jetzt blind wären und plötzlich sehen würden. Wir könnten es nicht richtig verstehen. Folge 2 war, das schweigende Dasein zum Beispiel eines Bergrückens in der Zeit ist unverständlich. Also das Phänomen Zeit, Raum, Sein bleibt völlig unverständlich. Folge 3, wer wir sind, unsere Identität, wir sind geworfen in unser individuelles Sein, in unser Leben, ohne einen Auftrag zu kennen und auch das ist unverständlich. Nun zum Schritt 1, der Sinn unseres Lebens bleibt unverständlich. Ein Beispiel, ein banales Beispiel. Als der Wechsel in die weiterführende Schule geschafft ist, realisiert ein Schulkind irgendwann, dass es von Klasse zu Klasse immer wieder neue große Herausforderungen geben und dass die ersehnte Freiheit nach dem Schulabschluss vor allem bedeuten wird, sich ins Studium oder Beruf noch mehr anstrengen zu müssen. Als die Eltern erleichtert feststellen, dass ihre Kinder nach der anstrengenden Zeit der Kindheit jetzt selbstständig und erwachsen geworden sind, richtet sich ihr Blick in die Zukunft. Wenn die Kinder ihrerseits einmal Kinder bekommen werden, was die Eltern sich ja wünschen, wird die Zeit des erschöpfenden Alltags und der Sorgen wiederkommen. Der Sinn im Alltag ist dabei stets klar. Das Schulkind muss noch die Hausaufgaben machen oder muss pünktlich zur Bushaltestelle gehen. Die jungen Eltern müssen die Kinder anziehen oder müssen sie pflegen, wenn sie krank werden. Doch dieser lokale Sinn im Alltag scheint seinerseits in einer umfassenden Unverständlichkeit zu hängen. Wir tun das alles, um zu leben, aber was steht dahinter? Was ist der Sinn unseres Lebens? Schritt 2. Die Anerkennung des Unverständlichen ist philosophisch gesehen ein Gewinn an Weisheit. Das Unverständliche oder das Nicht-Semiotisierbare ist ein Aspekt, der an allem erfahrbar ist. An Dingen, Situationen, an uns selbst, an der Welt. Die Anerkennung, dass es das Unverständliche oder das Nicht-Semiotisierbare gibt, diese Anerkennung verhindert, dass sich unsere Sicht der Welt verengt zu einer abgeschlossenen Ganzheit, zu der Totalität eines Weltbildes, verengt zu einem Big Picture oder zu einer Ideologie. Denn stets bleibt etwas berglich und das ist das Unverständliche. Mit dem Aspekt des Nicht-Semiotisierbaren an allem meine ich formal dasjenige, das nur um den Preis seiner stets unbefriedigenden Kolonisierung durch verschiedene Big Pictures semiotisiert werden kann, also durch religiöse, mythologische, esoterische, politisch-geschichtsphilosophische oder durch naturwissenschaftliche und andere Weltbilder. Wenn wir das Unverständliche anerkennen, gewinnen wir Weisheit, denn wir bauen zum Unverständlichen ein Verhältnis auf, das die Kolonisierung durch Big Pictures vermeidet. Deswegen Weisheit statt Weltbilder, Weisheit statt Totalität und Ideologie. Schritt 3. Weisheit heißt Tiefe des Lebens statt Sinn des Lebens. Welches Verhältnis können wir zum Unverständlichen aufbauen, ohne es durch ein Weltbild zu kolonisieren? Also wie funktioniert das mit diesem alternativen Verhältnis? Es kommt darauf an, die erklärenden Sinnkonstruktionen einzuklammern und uns einzugestehen, dass sie uns die Dinge, unser Leben, die Welt nicht erklären können. All das bleibt letztlich unverständlich, all das bleibt aber lebendig. Hinsichtlich des Qualitativen, unserer Erfahrungen, all das bleibt lebendig. Wir können darüber staunen, wir können die Tiefe des Lebens teilhaftig werden, ohne unser Leben zu verstehen. Wie funktioniert das? Zum einen, möglichst ohne überfordernde Sinnerwartung sollen wir daher unser tägliches Leben führen und womöglich auch genießen, demütig gegenüber unserem Schicksal, das wir letztlich nur empfangen können. Das wäre also eine Weisheit des Passiven, könnte man sagen. Zum anderen geht es um eine Entscheidung und um Engagement, um eine Weisheit des Aktiven. Es gibt etwas, das am wichtigsten ist, auch ohne, dass wir den Sinn des Lebens verstehen, nämlich, dass nicht die falsche Welt das letzte Wort haben soll, also nicht Macht und Gier und Lüge soll das letzte Wort haben, sondern die wahrhaftige Welt, nicht der Tod, sondern die Liebe, wie wir sagen können. Das habe ich in meinem Buch von der Tiefe des Lebens ausführlicher beschrieben, aus dem stammen auch die Zitate. Zur Take-Home-Message nennen wir die Weisheit wieder Sophia, dann kann sie uns noch einmal Ratschläge geben. Auch die Frage nach dem Sinn eures Lebens gehört zur Gesamtunverständlichkeit von allem. Versucht mal, diese Offenheit nicht gleich durch die Erklärungen eines Big Pictures oder einer Weltanschauung zu kolonisieren und abzuschließen und zu verengen. Öffnet euch stattdessen dem Qualitativen und dem Erfahren, dem Staunen und der Tiefe des Lebens. Haltet euch an Weisheit statt an Weltbilder, an die Offenheit statt an die Totalität und Geschlossenheit eines scheinbaren Verstehens. Tiefe des Lebens statt Sinn des Lebens, das bedeutet zum Beispiel Folgendes, einmal passiv, einmal aktiv. Genießt dankbar und demütig alles, was das Leben euch schenkt. Und andererseits versucht in jedem Augenblick dem Wahrhaftigen zu dienen und der Liebe. Gegen die Lüge, gegen die Gier, gegen die Macht. Denn das geht auch, ohne dass ihr den Sinn des Lebens versteht. Wir öffnen uns für das, was sich jeder Bedeutung entzieht. Eine vierte und letzte Folge hat den Sinn unseres Lebens behandelt. Ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.